Wie ist der Rechtsanwalt? Mein Name ist Andreas Starke. Ich bin gelernter Rechtsanwalt, seit 2006 Oberbürgermeister der Stadt Bamberg. Ich war vorher bereits im Stadtrat, genauer gesagt seit dem Jahr 1990. Und ich halte es mit dem Schriftsteller Hans Wollschläger, der mal auf die Frage, warum und wie man in Bamberg lebe, geantwortet hat, zum Glück.